Mit dem nächsten Lied reisen wir in die Altai-Verbe. Die Altai-Verbe werden von den Menschen, die dort leben als Heiliges Werbe verheert. Und in diesem Lied geht es um Mädchen der Freiheit. Die Altai-Verbe. Die Altai-Verbe werden von den Menschen, die dort leben als Heiliges Werbe werden von den Menschen, die dort leben als Heiliges Werbe. Die Altai-Verbe werden von den Menschen, die dort leben als Heiliges Werbe. Die Altai-Verbe werden von den Menschen, die dort leben als Heiliges Werbe. Die Altai-Verbe werden von den Menschen, die dort leben als Heiliges Werbe. Die Altai-Verbe werden von den Menschen, die dort leben als Heiliges Werbe. Amen. Amen.